Ich habe deinen Ofen gegessen. Siehst du deswegen so aus? Er erinnert mich irgendwie an Gomme HD, seine ganz alten Videos. Nice für dich, aber ich hasse Gomme, weil ich davon einfach gebannt wurde, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich zeige euch einfach mal den Clip. Ey, das war echt schlimm. Ähm, nö, ja. Ich wurde gebannt, chillig. Was? Ich wurde für drei Tage auf Gomme gebannt. Was? 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 Warte, was? Was? Warte, was? Das ist eine private Runde, Bro.